Herzlich willkommen zur nächsten Kirby-Star-Alice-Folge und wir gehen in rituelle Rundbauten. Oder ich gehe in rituelle Rundbauten und Emil tritt gleich bei. Emil! Emil! Ja, das ist ein Insider, komm. Em, also ich, ich meinte jetzt, ja, wir können ja jetzt... Ha, ich verrat... Ha, oh lol. Wie tritt ich nochmal bei? Warte. Ey, warte, warte. Wie kann ich bei treten? Ja, du weißt, wo du beitrittst. Oh Gott, warte, du kannst nicht, ich hab noch keinen Freund. Du musst, du musst wait. Ah, den kann ich mir. Das werde ich. Oh Gott. Entschuldigung, ich will trotzdem beitreten. Ja, kannst du aber nicht, das geht noch gar nicht. Das ist nicht möglich. Oh. Bin zu unfähig. Okay, wir bilden jetzt einen Boss. Gäme. Ich hasse diese Füße. Ja, wenn du es mal schaffst, einen Freund zu holen. Oh, nein. Das wollte ich zwar gar nicht. Wie kann ich nochmal angreifen? So, ähm, ja. Äh, hallo, Kumpel. Du darfst jetzt ein Stein werden, okay? Weinstein. Ah ja. Äh. Rumpfliegen. Okay. Was? Das ist ja eine Statue. Wie bekomme ich die wieder weg? Hä, dem du B drückst? B? Oder springen? Bin ich jetzt für eine Statue. Hm, was bist du jetzt für eine Statue? Hm, keine Ahnung. Vielleicht Kirby? Aber auch nur ganz vielleicht. Kommst du jetzt mal? Ja, die holen wir uns auch noch. Noch ein Feinstein. Gut, wahrscheinlich werden wir sowieso durchwechseln können. Kommt ihr mal. Wie seid ihr denn so langsam? Hä, hä, bin ein bisschen sehr lang. So. Wie früh ist es? Äh, spät. Früh. Stimmt. Äh, nicht eher früh. Äh, willst du der sein? Oder? Nein. Ich will jetzt auch zwei. Äh, oh, was ist das hier eigentlich? Hier. Oh, ah. Und hier? Ich muss ja hier. Okay, ähm, wer jetzt ein Boss besinnen? Du bist viel schneller als ich. Kann es sein? Natürlich kann man auch fliegen. Und? Was gibt's Neues? Es gibt... Freundesstern. Das kann ich steuern. Äh, Nee, das ist unfair. Du kannst schießen, oder? Guck mal, was du da hast. Ja, du kannst schießen. Schieß, schieß, schieß. Schieß den Weg auf. Wieso ist es unfair? Hier, schieß dahin. Unter uns. Oh. Hä, ist so nicht unfair? Ich kann steuern. Du kannst schießen. Komm. Du kannst dieses Ding steuern im E-Mail. Ja. Ja. Das ist irgendwie richtig gut. Das ist um den Flecht zu steuern. Doch. Schießen. Für Gegner töten. Oh, du musst abschießen. Ja, man kann nicht so oft schießen. Doch. Komm. Äh, Achtung, nicht den töten. Keins auch töten. Moment mal. Oh mein Gott. Ich kann auch schießen. Schau unfair. Das ist bessere Schüsse. Ne, ich hab Feuerschüsse. Und das Steuern. Ich hab Feuerschüsse. Ja, und? Kannst du auch Feuerschüsse? Ah, nein. Oh, weil dann fand ich nicht alles. Hä, das ist doch voll gut. Der Typ. Er kann ja alles. Okay, komm. Wir zerstellen jetzt die Gegner. Ich wär zum Clown. Was hab ich jetzt? Elektro-Stern. Okay. Ich bin jetzt der Clown von unserem Wiest. Also, ich find das ganz cool. Und du? Die Gegner wegwurzeln. Schießt du noch mal? Jetzt geht's nicht mehr. Nein, ich bin der große Steinschießer hier. Äntale. Wieso? Ja, will die Wexen. Wir müssen das jetzt zerstören. Oder was müssen wir denn machen? Warte, ich lade mal auf und... Boom. Oh, lol. Jetzt bist du vorne. Oh, oh. Das sollst du nicht. Das ist der Typ. Ich will wieder vorne sein. Nein, wie macht man dieses Ding? Nein, nicht so. Wir wollen doch nur dieses Ding zerstören. Kannst du mir aber bitte sagen, Emil zerstört, Emil? Warte, ich glaub, ich weiß, wie. Oh nein. Emil, kannst du das zerstören, irgendwie? Nee. Warte. Äh, Herr Guide, wir wissen nicht, wie man das zerstört. Ihr könnt's... Oh, lol. Du kann nicht schützen. Ihr könnt's ja gerne sagen, wie man das zerstört. Dann werden wir das noch irgendwann nachholen, wahrscheinlich. Denn ich hab keine Ahnung. Gut. Felix, Splatoon 2. Und Emil, Mikrofon, Brüren, Ei. Du beschwerst dich immer. Natürlich, ich beschwer dich. Ich muss mich ja beschweren. Was soll ich denn sonst machen? Hat Spaß. Äh. Warte, wir haben keinen Feuertypen mehr. Junge, wir haben keinen Feuertypen. Okay, welches ist das? Ja, du darfst auch nicht nur steuern, warte. Ich hoffe sogar. Bing, 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 bing. Warte, wir haben uns jetzt nach vorne. Der Typ, der das hat. Warte, der da. Äh, den kann ich auch steuern. Die Leute, wo man uns sehr viel schießen kann. Ich kann die, du kannst. Flieg du mal. Ich schieß. Ich schieß mit. Hey, Emil. Achtung. Du kannst ja viel öfter schießen, sonst nicht. Hä? Du bist die. Ja. Nicht, nicht zu weit vor, weil der rechts war, aber es war ja egal. Oh. Ja, da unten. Egal, geh mal weiter. Ich muss die abschießen. Du kannst die nicht abschießen. Das ist nämlich Eis. Du musst die hier noch zerstören. Ich führst den ganzen. Den brauchen wir. Äh, warte, wie? Wenn man ihn killt, dann... Äh. Ach so, ich kann hier mal durchwechseln, wer ich sein will. Ich bin der hier. So, äh, warte. Du darfst nochmal steuern. Ja, da müssen wir jetzt rein. Du musst mehr kommentieren. Nein. Doch. Doch, weil ich... Du bist dabei. Das ist jetzt gleich, hat ich ja nicht alleine gemacht. Und alles allein. Nein. Ich würde es ja keinen Sinn machen, dass du dabei bist. Warte. Wieso bist du da jetzt rein? Nein. Das ist ein blöderes Schuss, ja. Das habe ich durch. Weil der war mir. Ja, okay. Jetzt irgendwie wusste ich zwar, das wäre logisch. Warte. Okay, komm, wir fliegen jetzt hin. Ui. Wollen wir uns den holen? Willst du der sein? Schieß doch nicht. Willst du der Feuertyp sein? Wieso schießt du denn? Weil... Ja, willst du der jetzt sein? Nee. Aber der ist gut. Wieso denn nicht? Nein. Weil den brauchen wir, glaube ich. Ja, gut. Sag, dann musst du da rein. Wo? Du musst... Ja, flieg nochmal weg, damit du spawnt der. Ich töte ihn und wieder hin. Sammle es ein. Sammle es ein. Ach, perfekt. Guck mal, jetzt kannst du... Oh, dann guck, ich sag doch, wenn du das nimmst. Aktivieren den Schalter und dann ist er ein. Perfekt. Perfekt. Oh, das ist... Emil? Ja, genau das. Kannst du noch mal nach... Ja, nach da ganz unten gucken. Äh... Okay, da ist nichts. Wir können zurück. Zurück. Dahin. Fließ den Weg frei. Ja, das müssen uns... Oh, warte, darf ich da? Warte, ähm... Denn wenn du... Der, der... Das ist nicht so fast so stark dafür, weil er vielleicht noch so ein Schichtser hat. Aber ich finde es voll cool, dass man sich so schützen kann. Ich hätte mir wie so ein Wald guckt, meine Fliege zu hoch. Und dann... Wie so ein Stein. Okay. Bist du müde? Nee. Absolut nicht, oder? Was passiert jetzt? Okay, wir sind wieder normal. Perfekt. Habe ich sowieso mehr Lust drauf. Komm. Warte, warte, warte. Nicht nirgendwo reingehen. Ach so, wir können jetzt durchtauschen. Willst du irgendeine andere Fähigkeit haben? Als Feuer. Weiß. Ja, das habe ich. Wasser oder... Ding meine ich. Du kannst auch Eis haben, warte, dann weiß ich, wen ich mir hole. Warte. Äh... Also, ich hole mir den hier. So, dann... Ich will Bomber. Du hast gedacht, du willst Eis. Nein, ich will jetzt Bomber. Jetzt willst du Bomber, den hattest du schon mal. Gut, dann nehme ich den Schneemann. Ja, nehmen wir, den willst du jetzt. Sag einfach mal. Den Schneemann. Du hast gerade gesagt Bomber. Nein, Schneemann. Ja, du bist ein Bomber. Ich will den Schneemann. Du darfst jetzt den Schneemann haben. Das gibt's auch keinen getroffenen Gut. Okay, dann holen wir uns jetzt den Schneemann. Dann holen wir uns nochmal Bomberman hier ins Boot. Und... Auch noch... Feuermann. Um nun zu reingehen. Ja, die Juno. So... Ich will... Warte, wenn ich mich schnell bewege... So stark, was ist diese Attacke. Okay, komm. Schalter betätigen. Schalter. Oh, Leute, warte. Der will dich werden. Du willst der werden? Ja. Und, was kommt jetzt? Du kannst auf jeden Fall schon mal Sachen schießen. Du kannst wahrscheinlich dich auch am schnellsten fortbewegen. Jupp. Äh, warte. Warte. Okay, egal. Äh, warte. Schau. Ah. Hä, hab ich dir grad Wasser hinterher geschossen? Weiß ich nicht. You don't know... Okay, Emil? Oh. Wie solltest du nehmen? Äh, ja, ich werd so link. Oh, Meta Knight. Okay, der Einzelkämpfer Meta Knight. Du weißt nicht, wer Meta Knight ist, weil du dich gar nicht... ... von dem ganzen Zeug... ... von dem Universum auskriegst. Ich weiß keine Ahnung, wer Meta Knight ist. Ich sag mal so, Meta Knight ist total cool, okay? Ja. Und ich bin jetzt link. Ich bin link. Nach Breath of the Wild, das nächste Link-Spiel. Können die Starlize. Äh. Das ist so ein... Das ist so ein... ... draufhacken. Oh, warte. Das ist wie bei... Wie bei den... Er hat seinen Spezial-Attack. Warte. Achtung. Ah! Er kann sich vervielfältigen. Das ist wahrscheinlich wie Fake-Schulchen-Töten, oder? Also ich weiß es jetzt nicht, aber... Nee, ich glaub, wir müssen einfach... ... den Richtigen angreifen, oder? Was ist das hier? Welcher ist jetzt der Richtige? Wir wollen nur wissen, wer der Richtige ist. Hä? Wer bin ich? Wieso hab ich keine Fähigkeit mehr? Ich muss mich meine Fähigkeit ausrüsten. Okay, da ist er. Achtung. Okay, warte. Ähm. Vorsichtig. Vorsichtig. Warte. Äh, können wir die E-Mail zerstören? Äh, können wir. Ja, gut. Wir wissen. Warte, jetzt können wir... Ja, jetzt können wir ihm Schaden machen. Ja, das ist er, das ist er, das ist er. Was machst du denn, E-Mail? Wieso stirbst du immer? Wieso immer? Wir sind schon mal gestorben. Wir lassen sterben. Heute? Nee. Ja, heute noch nicht. Du gehst viel zu sehr drauf. Das ist ein Problem. Oh, wir sollten wirklich viel weniger drauf gucken. Guck mal, für unser Leben. Du musst... Du musst dich... Du musst es ihm... Und... Hast du ihn getötet? Hast du ihn getötet? Nein, doch. Oh, oh. Der haut ab. Nicht, dass er seine Maske ab. Ja, so sieht Meternat unter der Maske aus. Er ist ein... Yay. ...dunkler Kürb. Da freuen sich alle. Man hört aber die Musik ganz leicht. So. Okay, dann... Okay, dann... Oh, was hat das Unklehe aus? Was hat er da ab? Oh nein. Der Vogel guckt einfach die ganze Zeit gut gelaunt. Das ist mir gefällt mir. So. Ähm... Möchten wir... Oh lol, warte. Ein neues Universum tut sich auf. Er zerstört ein Teil von Blended Pop und... ...ist ein neues Universum. Okay, wenn wir jetzt da hinreisen. Das ist cool gemacht. Ja, Kirby nickt schon. Kirby möchte unbedingt hier Gegner fertig machen. Fertig machen. Gell, Emil? Willst du auch, oder? Ja, ja, unbedingt. Bist ein bisschen müde, habe ich das Gefühl. Gar nichts dafür. Doch. Bist schon seit... Du hast mich geweckt. Um die Uhrzeit war es für dich okay. Außerdem ist es schon... Es ist jetzt schon 10 Uhr. Also... Na? Übrigens, dieser Part nehmen wir am selben Tag auf, wie er rauskommt. Heute um 16 Uhr kommt er raus. Mieterleit rufen, gib dich dazu zum Traumpalast. Ich denke mal... Willst du Mieterleit spielen? Ja. Hier. Welt des Friedens, weltvoller Wunder. Festung der Schatten. Okay, cool. Festung der Schatten. Gut, wir reisen dann gleich in die Festung der Schatten, holen uns jetzt aber noch kurz Metermite. Ich würde sagen, ein Level machen wir bei der Festung der Schatten. Bitte? Hm. Ja, ja. Du bist echt sehr dabei. Ja. Du musst mal Kaffee trinken, gell? Nein. Schmeckt dir doch total gut. Ich hasse Kaffee. Das habe ich gemerkt. So, ähm, wen beschwören wir? Metermite, wo ist Metermite? Metermite, das ist der hellblau. Ja, Metermite. 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 Metermite ist ein coolerer Kirby, gell? Komm. Schlag da rauf. Du hast auch noch verschiedene Angriffe, gell? Komm. Kannst du gleich bei den Gegnern testen. Ähm, ja. Ja. Und ich, der Link, mache jetzt auch die Gegner fertig. Wir gehen jetzt in die Störbastion. Fässerung des Schatten. Störbastion. Du bist immer noch Rü... Oh, lol. Ja, du sagst dir... Das ist richtig cool gemacht. Guck, du hast hier ein Level und dann geht es wahrscheinlich so weiter. Keine Ahnung. Äh, Planet Pop. No. Nein. Ach, siehst du das? Diese Ruine. Da waren wir gerade in einem Level. Okay. So, wir gehen jetzt in die Torhausstraße. Und ich denke, nach der Torhausstraße warst du das mit dem Part, oder? Ja. Ich bin so müde. Du sagst... Wieso sagst du das? Weil du es bist, oder? Nee. Nee, nee, nee. Oh, warte. Sch, sch, sch. Sch. Ich tue was. Wo ist er? Ja. So, jetzt hast du voll Schreck. Mann! Brutzelschwert, wo ist er jetzt? Oh, ja, ja. Jinger hat getötet. Kommst du? Ich glaube, ich habe ihn ja getötet. Warte, wir gehen noch mal kurz zurück. Ich möchte ihn nicht wieder haben. Ja, hallo, Meta Knight. Achtung. Nicht, nicht enttöten, nicht enttöten. Alles springen hinterher. Ist echt so. Okay, warte. Wir müssen zurück. Und jetzt kommen. Ja. Oh, geil. Psycho. Ich bin Psycho. Willst du mir auch Blitz geben? Kriegst du? Ein Blitzschwert, oder was? Bli- Ja, ein Blitzschwert. Okay, komm. Wir machen jetzt die Gegner fertig. Ich bin Psycho. Unvoll. Psycho. Ähm. Oh, Gott. Hallo, Psycho-Typ. Also, das Typ kann ich eigentlich nicht. Danke. Ähm. Nee, eigentlich erst, dass ich dich übernommen habe. So. Okay, komm. Das. Oh, lol. Oh, warte, warte. Ich kann das steuern. Das ist richtig geil. Warte, ich kann einfach so ein Ding loslassen. Dann kann ich es dann. Zeug zerstellen lassen. Oh, lol. Das hast du gerade, gell? Ja. Warte. Dass ich gerade noch an. Das kann alles verschlehen. Alter, ich glaube, der ist ein bisschen okay, der Psycho. Der Ruder muss halt währenddessen stehen. Schau. Finde ich. Wir haben sowieso relativ viele. Du bist ziemlich stark. Ja. Oh, lol. Das geht nur als Hack-Kappel-Koch. Sonst wäre es auch wirklich okay. Du-du-du-du-du. Achtung. Das geht so ein Ding lang. Achtung. So. Ähm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt YouTube, oder? Ja. Ja. Okay, ähm. Achso. Du siehst auch müde aus. Du schaust ab. Oh, Gott. Oh, lol. Was ist mit dem Fall? Nein, den kann man nicht übernehmen. Den kann man nicht übernehmen. Ähm. Warte, ich zerstöre die kurz. Okay, ähm. Also. Äh. Wir werden wahrscheinlich heute gestreamt haben. Falls du den nächsten Gegner, den du siehst, bitte nicht töten. Äh. Na, den kann man nicht übernehmen. Den können wir ruhig töten. Hä? Oh. Moment mal. Habe ich mich gerade teleportiert? Ja, sehr richtig cool. Jetzt bin ich aber unsichtbar. Und dann denke ich... Da. Geil, man kann sich teleportieren. Okay, ähm. Warte. Kann ich mich nicht da rein teleportieren? Nein. Versuch du es mal zu zerstören. Ich kann sie nicht rein teleportieren. Äh. Leute. Da ist eine Kabeleitung. Könne ich die vielleicht aktivieren? Jupp. Die kann ich. Komm. Runter. Und. Bala. Volles Logikspiel hier. Okay, was gut ist. Ich kann doch einfach gucken, wenn ich jetzt... Ich fall runter. Oh nein. Dann mach ich einfach dieses. Ui. Okay. Komm. Wir pushen. Pushen. Ich kann den Elektroschlag. Okay. So. Ähm. Ich kann mich schnell fortbewegen durch dieses Teleportieren, was ich glaube. Hätten wir vielleicht gebraucht. Aber gut. Ich sag ja, den nächsten Gegner nicht töten, habe ich gesagt. Nicht. Wir wollen ja Gegner... Gegner sind nicht zu töten, aber es geht absolut gut. Alter. Ich finde, weil er trakt irgendwie so geil. Warte, ich bin nicht wie cool. Ich finde eigentlich diese Energieblase. Okay, komm, du kannst durch die Tür gehen. Ja. Dann. Ja. Ja. Ich sag nur Ja, gell? Tipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptippt. hey kumpel hallo nicht kopfhörer wir hören wir hören uns jetzt mit dem gegner an unheils rocker hätte man jeden gekillt auf dem map ist meine fähigkeit weg okay den nächsten gegner wird ihn wirklich nicht würden weil ich brauche dessen fähigkeit ich brauche fähigkeit ich bin unfähig okay du redest viel zu wenig ich sagst du auch die ganze zeit müsste ich nur am schweren ja ich weiß aber so kennst du mich darf ich jetzt nicht verändern und ich nicht mehr schwer das geht ja nicht so kannst du okay dann warte was gibt nicht nur nicht rein wenn du da rein gehst dann weiß was passiert dann hast du deinen typen nicht mehr und das wollen wir nicht nicht so toll ich würde sagen wir holen uns dann noch den typen hier oder ganz gelb bist du auch der meinung ja was hast du gesagt was ist denn so nicht ich mach ihn mehr doch die spinne nicht töten komm komm küçük der ist doch ganz nett der macht doch nichts außer dir schade du scheiß mate ich hasse diese mates Weil die so scheiße sind. Die killen einfach immer die Leute, wo sie nicht sollen. Die sind so scheiße. Mach du bitte auch nicht die Attacken weiter, sonst killst du denen auch sofort. So, ich bin jetzt wieder Bomberman. Mit dieser Mütze sieht es voll scheiße aus. Meine? Oh, was ist das hier? Komm. Jump and Run. Und das ist eine fette Tür. Was machen nochmal diese fetten Türen? Geht sie zu einem Boss? Nein, doch. Doch. Weil er mehr oder weniger. Was ist das? Was macht dieses Herz? Es verzieht sich. Wie feige kann man denn sein? Und jetzt kämp... Das war Meerschweinchen. Ja, voll die Meerschweinchen. Ich hab Meerschweinchen. Okay, warte, die kommen jetzt, was ich entferne, oder? Ah, das ist so ein Feig auf Meeren. Oh lol, das gibt ja nicht so viele davon. Alter, die können sich ja viel vermehren. Wofür gruselig. Warte, wo kommen sie? Okay, dann stechen wir uns aber hier hin und macht diese Energieblase. Hä? Ich hab doch gar keine Chance gegen uns, oder? Ich wollte sie bis hier einfach. Komm, die haben wir nicht. Ups, äh, Achtung. Ich bin in der Attacke geworfen. Hä? Gut, okay, jetzt holen sie ihre Schergen. Aber irgendwie trägt auch nicht viel. Also, ich würde halt nichts sagen, aber es waren... Oh, bisher die schwecksten Bosse. Obwohl sie mir meine Fähigkeit beraubt haben. Ey. Ah, ich geh mal hier runter und... Komm her. Komm. Bist du stressen? Bist du stressen? Hä, die sind voll scheiße. Hier, zack, 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 zack. Hä? Die sind total scheiße, die können gar nichts. Hm. Oh, ich und die aber haben. Die sind süß. Oder? Das wäre aber cool, so als Fähigkeit sich einfach verdoppeln. Warte, warte. 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 Müssen die bei ihm. Ich nehme diesen coolen Typen mir. Nee, nicht dich, du Idiot. Oh Mann, wieso kann man die nicht... Ach so. Oh Gott, ich hab' ich mein Fähigkeit weggelegt. Ich dachte, wie... Ja, hier kann man nur ein Spielen. Komm mal. Ich hab' auch. Sie sind so süß. Guck. Nein, es sind nämlich nur die Torwächter. Oh Mann. Aber sie sind doch so süß. Guck dir den an, wie er tritt an. Oh Gott, cool. Die sieht aus irgendwie, wie die Sendung mit der Maus, diese Maus da. Echt? Ja, ein bisschen. Für Lidl, bitte. Ein neues Puzzle. Super Puzzleteil. Oh, es gab diesmal nur zwei Teile vom Super Puzzleteil. Da gab's doch sonst immer drei. So. Ja, exakt. Oh Gott, hier gibt's übelst viele Level. Torhausstraße haben wir. Oh Gott. Was ist das hier? Ja. Alter, warte. Wie es sind viele Level, die es gibt. Hier hinten gibt's wahrscheinlich noch ein Level. Hier gibt's überall noch ein Level. Dann geht's hier hoch. Alter, gibt's hier viele Level. Okay, ich würd' sagen, das war's aber für diesen Part. Und hier gibt's wieder ein Traumpalast, gell? Das war's für diesen Part. Wenn's euch und Meta Knight gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, eine positive. Könnt auch eine negative da lassen, wie es euch gefallen hat, gell? Also über positive freue ich mich natürlich mehr. Könnt auch gerne einen Kommentar da lassen. Wie gesagt, wie ihr wollt. Okay, habt einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Da werden wir uns nochmal diese Störbastion nochmal genauer angucken. Und ja, ciao. Ciao.